Wir sind in Berlin bei der Demo von Electric Empire. Die beschäftigen sich mit der neuen Verordnung vom Bundesverkehrsministerium, das vorsieht, dass Elektroroller in Zukunft legal sein sollen. So ein Ding habe ich bekommen, das fährt bis zu 25 kmh, vielleicht auch 30 kmh in der Spitze. Allerdings wären nach der neuen Verordnung kleinere Dinge wie E-Skateboards oder Hoverboards nicht erlaubt und dafür wird heute demonstriert. Wir fahren heute mal mit und schauen, wie Fußgänger darauf reagieren. Überfahrer, du gehst hier an der Musiker. Alter! Ja! оль